Hier angekommen auf der Tour nicht verdrüst, ne. Schön im Hintergrund, wie man sieht, das Riesenrad. Ich zieh mal kurz den Illes zu mir ran, dem ist mir kalt. Wir sind hier in Rochstock angekommen, war kurz ganz kurz vom Auftritt. Ist ein bisschen hektisch heute alles. Wir müssen uns beeilen. Weil so viel Stau war. Und dann, naja, ihr seht ja, wunderbares Riesenrad. Illes Arsch von hinten. Und Tole und Ole vor der Kamera. ZIGZAG